Irgendwas schlägt hier rum. Wo? Hier drinnen. Heilt sich was. Ich kann eine Granate oben raufschmeißen, wenn du willst. Nee, nicht oben. Er sitzt hier drinnen. Wo ist er? Er sitzt unten drinnen. Ich habe keine. Nein, er schmeißt. Ist linksseits. Ist tot. Da ist noch einer. Ja, ist. Aua. Hast du nichts? Ich packe neben dich was aufs Boden. Okay. Max. Hinter dir. Oh. Siehst du das nicht? Oh. Was ist denn hier dabei? Sniper Scaf. Kriegst du den? Weiß ihn noch nicht. Ich habe noch nicht geschossen. Wo ist denn der? Na, ich will ihn auch oben drücken. Tot. Ich habe Sniper Scaf gelegt. Sehr schön. Meine Fretze. Ja. Scaf ist tot. Alles gut. Scaf ist tot. Guck mal wieder aufs Land, was jetzt da ist. Ja, ich habe gerade meinen Dickes Gucken drauf. Sieht aber nicht so aus. Äh. Äh. Der ist einfach durch. Ist mir egal. Aua. Der hat einen SVD oder was zur Hölle? Ist der denn? Relativ weit links. Irgendwo. Der ist irgendwo auf dem Berg. Wir biegen einfach nicht. Kannst du einfach rausgehen. Gut, dass ich noch einen S-Marsch gefunden habe. Ich bin jetzt schon hinten. Ich bieg jetzt in die Mauer rum. Jo, ich komme zur Mauer. Ich habe ihn gesehen. Komm durch. Ja. Einen hab ich. Ein Skiff hab ich. Du nicht? Äh. Es ist Sniper Scaf. Es ist Sniper Scaf über uns. Hab ihn. Ist tot. Okay. Luna. Durch die Mauer Durchbruch. Ich deck dich. Sprung. Fack. Ein Skiff hab ich hier vorhin noch gekillt gerade. Schrei. Ich komme hinterher. Daher kommt der Sniper Scaf auch noch. Ich bin bei dir. Danke. Wollen wir los? Aufstehen hier. Ja. Ich bin bei Luna. Ja. Ich muss noch ein bisschen weiter zusammenflecken. Ich lass mir wieder 20 mal anschließen und brauch wieder 5 CMS von euch. Damit ich mich heilen kann. Ich hab nur zuerst. Kontakt vor uns. Nehmen wir uns. Nehmen wir uns. Spieler. Was? Kommt der nicht auf? Ist tot. Ist tot. Hä? Der war nackt. Warum ist der nicht da umgegangen? Wurde angeschossen. Ich muss mich nicht halten. Ich will den mal kurz anfassen. Der ist außen rüber gesprungen. Der ist einfach nackt ja. Der hat ne Graf. Der ist nackt. Gekillt. Keine Ahnung. Haben die nachgeguckt. Was soll ich jetzt das denn erst bringen? Ich bin noch da. Man hat das lange überlebt. Ja, ich hab keine Ahnung. Gleich. Äh. Alex hat mir das beschmiert. 19x. Muss ja wenigstens irgendwas mit dem ich meine Munition bezahlen kann, die ich verschwende. Oh fuck. Äh. Luna ist tot. Ja, der war bei den Zügen. Hätte er geschossen. Komm, mir ist was mal rum. Deck. Surprise! Sehen. Ja, zwei. Zwei Kontakte. Einer rechts bei dir. Einer links bei mir. Ich geh den links. Ja. Oh, das sind drei. Ich bin tot. Es sind drei. Ich bin sowas von des Todes, ey. Entschuldigung. Wo kamen wir denn? Sag mal her. Ich hab grad den scheiß Brief, Alter. Ich kam ja aus der Hölle. Einen hab ich. Nice. Ich verblute hier. Es March. Jetzt bin ich tot. Ich würd. Ich würd. Ich würd über die Maul springen. Ich würd über die Maul springen. Da ist einer. 2 80. Gein. Ist er. Da irgendwo. Da. Hab ihn. Nice. Der Heilungszell liegt bei mir in meiner Leiche noch drinnen. Oh Gott. Das ist ein 4. Das wär lustig. Ich hab auch nur 3 gesehen. Junge. Ich konnte nichts machen. Ich wollte nicht so eine Schockkammer ballern. Ja. Ich wollte den links pushen. Ich dachte es sind zwei. Und auf einmal war es nur ein dritter. Und dann hing ich an dem leider. Der dritte war der, der Luna erschossen hat. Ja. Da kann ich gar nichts gegen machen. Ich krieg Besuch. Der läuft was. Also den Nado gewesen war der, der war in einem Morseıyor einfособgelen ist. Und dann je Después. und dann Junge. In der Natur. Alle. Alle. đểufflelle. Vielen Dank.